Marina Rebecca hat die Norma bereits in drei Produktionen gesungen. Einmal in Triest mit wundervollen Kritiken. In Italien hat man geschrieben, die neue Callas ist da. Und man hat zuerst gedacht, ja das wird nichts werden in Triest, weil Callas hat 1953 in Triest mit Corelli Norma gesungen. Und jetzt kommt eine lettische Sopranistin daher, naja was wird das werden. Und am nächsten Tag waren die Zeitungen voll. Wer ist diese Marina Rebecca, wo ist sie, wo haben wir die nicht gekannt? Und es war schrecklich. Weil sie alle kamen zu... Du kommst und singst, wie ist deine italienische Sprache, was wissen Sie über Bel Canto? Es war schrecklich. Es war schrecklich in der Halle, als würde sie mich da zuerst töten. Casta Diva, das war wirklich schrecklich. Und dann hat sie es noch in Riga gesungen und an der MET und hat sogar eine Radioübertragung gemacht von Bellinis Norma. Und jetzt ist natürlich eine Frage, sie hat in Lettland studiert und in Italien. Was war die Unterschiede zwischen dem System in Latvia und Italien? Du meinst in den Educational System? Well, ich konnte es ziemlich gut compare, weil, nachdem ich meine Musikkollege habe, ich kam in Italien. Ich kam in Parma Conservator, es waren sehr hohe Gräte. Und ich kam in meine Sprache, ich kam in Piano, in Solfeggio, in Harmonie, in Chorus, in allem. Und zwei Sprachen sagten, bitte, nicht mehr kommen. Ich sagte, warum? Du kennst mich zu viel, nicht mehr kommen. Und ich sagte, wie ist das möglich? Nein, 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 nein. Du kommst, nur zwei von euch kommen. Ein anderer aus Latvia war, du und ihn. Ich werde dich testen, ich werde dich hören, was du kennst. Und dann, wir haben, ich weiß, vielleicht fünf Sprache mit ihm, mit dem Lehrer. Und dann, er sagte, das ist es, basta. Du kennst mich zu viel, fertig. Okay, so, Solfeggio war es fertig. Piano, ich habe, ich glaube, ein Jahr gemacht. Und sie sagte, du willst du become ein Pianist? Ich sagte, nein. So, wir haben es fertig. Harmonie, sie haben auch gehört. Sie sagten, was du geschrieben hast? Nein, okay, gut, genug. Und praktisch, ich sagte, ich möchte studieren. Ich kam hier, weil ich viel Zeit habe, weil ich viel Zeit habe. Und ich bin in Italien, ich wollte verstehen, die style, die Musik. Ich sagte, du wach, du wach, es ist ein Operhaus. Es ist ein Verdi Operhaus, Parma Operhaus, Teatro Reggio. Wir haben horrible public. Sie boo alle. Whoever sings there is like under the pistola and because we really want perfect pronunciation you will understand you know go there and listen to all the rehearsals that you can final dress rehearsals and performances stand right you know the tickets are very cheap up there and you will learn music so yeah but I want to learn well then you go to the library you take the scores and you do everything yourself. But I came here I want to study no 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 singing once a week maybe two times a week I said but I need to learn you know and it was very weird for me the first year it was I was desperate because we had so many lessons you know we started I think nine o'clock in the morning we finished five o'clock in the evening in Latvia and we had singing like four times a week or five times a week and and then we had also some experience with orchestra and course and suddenly I don't have anything I said okay so it was quite hard I must say and I said okay I will go to the to the university so I also wrote myself to university to know a little bit of culture but it was too much because my italian was not that good uh but I learned that was the time when I took the full scores for example they say okay you sing Vespri Siciliani, Mercedilette Amica Elena I said okay so I take the full score and I go through all the role to know what a role is because I had time you know so on one hand it was very uh very good on the other hand I understood that uh my small far nordic country has a very good um very good educational system actually you know um I cannot say about singing because singing really is dependent on the teacher with whom you study but I definitely can say piano uh solfeggio polyfonia um music history and all you know theoretical subjects are fantastic really um in sense of singing I think it was also quite good because I entered with the highest grade in 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 Parma and I finished with the highest grade in in Rome um I had a few teachers there in Italy in meantime and I took everywhere where I could but yeah it's another story it's a it's a singing is a long story uh I would like to now let's play La Vestale from Spontini and that is the Cabaletta the first time actually which I was only to speak French by French foreign language is my knowledge in a CD production yes it was always there were two CDs where Vestale was because Vestale was written in French originally then uh it was a kind of a little bit forgotten because uh Spontini was italian but he was working in Paris for French court and uh then it was i think it was first who was Callas she took it but she sang it in In Italien, nicht in French, für viele verschiedene Gründe. Aber wir wissen, dass die French und die Italien versen sind sehr unterschiedlich. Es gibt einige einige cuts und auch word-weise, phrasing-weise ist es eine sehr große Unterschiede. In meinem Fall, in diesem Video, die wir jetzt spielen, war es interessant für mich, zu gehen in die Bibliotheien und sehen die Manuscript. Manuscript ist etwas, wo man sieht, was die erste Idee der Composer war, wie er sieht es. Er zeigt sehr clearly, was die Phrasing muss sein. Especially in der slower Partie. Und für mich, Vestalle in French ist, ich könnte sagen, viel stärker als in Italien. Ich mag es auch, weil es die Original-Language war, wie es war. Die Komposer war für eine bestimmte Worte. Es war nicht nur so. Und das ist deshalb, dass ich diese Phrase zu sein, in French zu sein. Also, zu erinnern, dass diese Phrase war nicht in Italien, aber in French. Und ich denke, es ist eine schöne Musik. Let's hear it. 17, I think.